Dann müsste es eigentlich passen, oder? Ich hoffe, dann passt's. Ich hoffe, dann passt's. Aber sollte ich das hier irgendwann für YouTube schneiden, dieses Projekt, glaube ich, werde ich das, was wir jetzt gerade machen, rausschneiden. Das ist nämlich total uninteressant. Oh, wie doch. Was doch. Ach Gott, schon wieder auf die PC-Box zugekuckt, ne? Bin zu schnell. Total interessant. Ja, nee, ist klar, Lukas. Total interessant, wie ich hier vom Pocket-Job wieder zu nem Rainer-Nest laufe und dann wieder zurück. Mal kurz die Zeit umstelle. Voll interessant, auf jeden Fall. Ja, ja, halt, ihr Papa. Fleckmon, noch ein Wasser, ne, das ist mal ein Feuerstein. So. Einen Job machen wir noch, dann gucken wir mal, was wir dann für Level haben. 62, 66, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Level 70 ist mein Ziel. Tutok auch schon, sehr schön. Es geht ja eigentlich nur um die drei hier. Und den drei orientiere ich nicht, der Rest wird besitzt mich eigentlich nicht. Obwohl Sandan eigentlich eine ziemlich gute Kombi ist. Also das Alula-Sandan. Ich denke, das ist eine ziemlich coole Kombi. Muss ich mal so erwähnen. Aber man kann halt nur sechs Pokémon im Team haben, ne? Irgendwo muss man sich dann halt auch entscheiden. Also das Alula-Sandan ist das Alula-Sandan. Also das Alula-Sandan ist das Alula-Sandan ist das Alula-Sandan ist das Alula-Sandan. Und das Alula-Sandan ist das Alula-Sandan. Oh Gott. Ich wusste, wenn ich durch diese blöde Gras fahre, und ich da, ich heil raus. Es regnet, es ist schön. Es freut mich, dass es regnet. Wird auch Zeit. Es warm. Es regnet. Das war's für heute. So, jetzt bin ich mal gespannt. Müssen wir die ganze Sache nochmal machen. Ich gucke. Müssen wir die ganze Sache noch mal machen? 69, damit kann ich leben. 65, damit kann ich nicht so leben. Ich denke mal, wir müssen das noch einmal machen. Ausgerechnet jetzt haben wir keins mehr mit maximal 30 Pokémon. Ausgerechnet jetzt. Ich will ja sowieso jetzt nicht so viele Pokémon auf die 70 bringen. Hauptsache, äh, oh, Samazenta ist schon 84. Nehm's mal raus. Hauptsache, die IP-Ausbeute ist gut. Bullpicks dazu, da nehmen wir noch. Auch noch dazu. Dick da? Nee, ich hab ja schon Dickdree. Andere Bullpicks, äh, wo ist denn hier? So, das müsste ja eigentlich auch klappen, ne? Wenn die IP-Ausbeute so viele Sterne hat, müsste das doch eigentlich auch funktionieren. Es geht halt wahrscheinlich nur um die Anzahl der Pokémon, damit man möglichst viele Pokémon schnell nach oben levelt, gehe ich mal davon aus. So, ich sehe nichts leuchten, da ist was leuchten. Oh, natürlich da unten. Oh, natürlich da unten. Und staffed. Das ist ein Wettbewerb. so ein karl malen das sehe ich jetzt schon sie das auch diese art und weise immer gespannt ob das so auch funktioniert wenn es einfach wieder in die vergangenheit geht das wäre wirklich mal interessant zu wissen wenn man kann ich nicht einfach schnell reisen und mach es mir eigentlich so kompliziert nein das klappt nicht okay das klappt nicht das ist interessant so da müsste ich jetzt mal testen ich selbst mit diesem datum machen wir können es eigentlich auch ganz einfach machen hat schon wieder viel zu kompliziert oder mal wird folgendes mach einmal das dann ist es sowieso wieder aktualisiert dann passt das auch wieder das war jetzt unschwerden Das war's für heute. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe, wir müssen das ganzen Bratsch nicht nochmal machen. Ich hoffe, das war's für heute. Okay, da gibt's noch 33.000. Jetzt haben wir wieder einen 30er. Ich guck ganz kurz, wie es sich jetzt aussieht. Okay, es gibt auf jeden Fall weniger. Für diese Pocketjobs, also es müssen dann 30 sein, 72, 67, nein, man muss das machen. Da gibt's keine 2-Meinung. Aber dann müsste es eigentlich reichen. Also wenn dann nicht, weiß ich auch nicht. Ich mein, nein, 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 hier ist ein 30er. Also dann müsste der Kuma über Level 70 sein. Ich warte hier so fröhlich rum. Okay, das war's für heute. So. Ich muss das eigentlich haben. Das hat ja auch bestimmt nur eine halbe Stunde oder so gedauert oder eine dreiviertel Stunde. Okay. So. So. Das war's für heute. Okay, gute Arbeit, fuck'n, alle haben einen coolen Job gemacht, yay. Zwei Flottbälle, vielen Dank. Auf dem Bug, genau, Level 70, passt. So, Alula Reitsch, auch rein, und dann hatte ich noch wen, Turtop, den hatte ich noch nicht. So, auch wenn ich sie gleich wieder alle aus dem Team nehmen muss, ich werd erst mal hier das Team im Overlay aktualisieren, denn Pikachu ist Geschichte, auch wenn's kein Alula Reitschuh ist, aber wir haben jetzt Reitschuh. So, achso, was, was, was kann denn jetzt eigentlich Hakuma für Attacken bricht. Oh, nein. Powerpunch. Eisenschädel, Wuchtstark, Energiefropos, das sieht ganz gut aus, was kann Reitschuh so? Reitschuh. Donnerschak, Routenschlag, Heuler, Ruckzuck, ist ja richtig beschissen, was er kann. Also Reitschuh müssen wir auf jeden Fall nochmal. Ne, also Reitschuh kann ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Zuerst mal, äh, Dakuma, äh, will ich Energiefokus weg haben. So, Durchbruch, Scanner, ne, 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 Brotzer, Kunter, Nahkamp. Äh, äh, ja. Reitschuh. So, Wangenrubbler. Okay, wir nehmen erstmal, nicht Elektrubbler. Donnerblitz. Donnerblitz wird erstmal Dings ersetzen, wird erstmal Donnerschock ersetzen, weg damit. So, dann, Reitschuh. Äh, Psychokinese würde ich auch ganz liebend gerne reinnehmen. Dafür guten Schlag raus. Agilität, Agilität ist ja Psycho, okay. E-Slam, Ladungsstube, ganz gut. Donner, Donnerschock, Donner nehm ich noch mit. Völler weg. Und dann nehm ich noch ne Psychoattacke rein. Ich hab zwei, äh, Elektroattacken und zwei Psychoattacken, das passt schon. Und wir nehmen, da gibt man ne, äh, Lichtschild. Ne, wir kriegen keine vernünftige Psychoattacke mit. Nö, keine. Müssen wir bei Psychokinese belassen. Nö, dann, dann behalt Ruckzukiep. Dann behalt Ruckzukiep, das passt auch. Äh, wie sieht's denn bei Totok aus? Sovorkan, Schädelwumme, Lichtkanone, Aquaknache, Aquawelle. Schädelwumme, klar, Lichtkanone auch knapp, Aquaknache. Ja, dann hier Aquaknache durch Nassschweig. Nö, jetzt passt's. Jetzt passt's eigentlich. So, wir haben jetzt ein Darkuma auf Level. 70 und können endlich weiter machen. So. So. Ähm, hart. Oh Gott. Ein schönes Rucksch. Bedrohert. das sieht viel zu niedlich aus, um irgendwie Bedroher zu haben. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Mit Zeug zu kaufen, Heilungszeug und so. Ach, ärgerlich.